Käpt'n? Ich muss noch mit dir schwätzen. Hm. Hm. Du hast Kommando, Data. Ja, du! Äh... Ey, sag mal, spinnst du? Ich glaube, ich muss dir mal die Barthaare einzeln austopfen. Ja, ich glaub... Es ist an der Zeit, dass ich ja nicht mal Käpt'n bin. Ein Stück Scheiße bist du. Wenn ich das Kommando übernehme, mache ich aus dir ein Stück Scheiße. Ich glaube, ich muss dir echt mal abbrechen, Junge. Ich Käpt'n? Du Scheiße. Ich hab echt noch ein paar Gehirnzellen, Junge. Und du keine. Und wenn du meinst, du könntest dich ausrasten. Dann muss ich, glaub ich, echt mal gucken, ob meine Axt noch scharf genug für Knochen ist, Junge. Hä, weißt du was? Ich hätte ja vielleicht Angst, wenn ich wüsste, was eine Axt ist. Oh Mann, so top kannst du wirklich echt nur du sein, Junge. Mach weiter so, dann geb ich von selber auf. Weißt du, was ich echt von dir halte, Junge? Äh, du hast einen Intelligenzquotienten von drei und eine Tote Rate hat einen von zehn, echt, Junge. Du Wichser. Äh, ich glaube, ich muss dir echt mal eine Kropnuss geben, Junge. Dummer Lutscher. Die, da ist deine Kriterien. Jauer. Ja, du hast der夢. Bis hätte bald.